Hast du noch eine alte Stereoanlage oder einen alten Lautsprecher, den du gerne nützen würdest, aber nicht weißt, wie du ihn mit deinem Lieblingsstreaming-Dienst verbinden kannst? Ich habe eine Lösung, also bleib dran! Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Heute zeige ich euch, wie ich ganz einfach mit einer Apple AirPod Express Basisstation Musik kabellos auf ältere Lautsprecher oder Stereoanlagen streamen kann. Und zwar direkt vom iPad, iPhone oder Mac aus. Ich habe diese hier gebraucht für 25 Euro über Kleinanzeigen gekauft. Ich finde, das ist ein fairer Preis. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass es die zweite Generation der AirPod Express sein muss. Der Apple AirPod Express ist ein kleines und vielseitiges Gerät. Ursprünglich als WLAN Repeater entwickelt, hat er heutzutage einen entscheidenden Vorteil. Er kann Musik über AirPlay, zum Beispiel an eine Stereoanlage, senden. Dafür gibt es auf der Rückseite einen Audioausgang als 3,5 mm Klinke, der sowohl analoge als auch digitale Signale ausgeben kann. Bevor ich die Einrichtung starte, setze ich den AirPod Express auf seine Werkseinstellungen zurück, indem ich ihn mit dem Strom verbinde und danach die Reset-Taste für 10 Sekunden gedrückt halte. Wenn das erledigt ist, kann der AirPod Express eingerichtet werden. Und das macht man mit dem AirPod Dienstprogramm, das auf jedem Mac schon vorinstalliert ist. Wenn du den AirPod Express mit dem iPhone oder iPad einrichten möchtest, geht das genauso. Nur muss man vorher die kostenlose App aus dem App Store laden. Nachdem man den AirPod Express ausgewählt hat, bereitet das AirPod Dienstprogramm die Verbindung vor und begrüßt einen danach mit einem Fenster für die Einstellung eines neuen Netzwerkes. Das möchte ich aber nicht. Und deshalb klicke ich unten links auf den Button Weitere Optionen und danach auf Zu einem vorhandenen Netzwerk hinzufügen. In meinem Fall muss ich nun das richtige WLAN-Netzwerk auswählen. Denn mein AirPod Express wird keine LAN-Verbindung erhalten. Im nächsten Schritt kann man sich einen geeigneten Namen für seine Basisstation überlegen. Ich nehme einfach AirPod Express. Um den Verbindungsvorgang abzuschließen, muss noch schnell das WLAN-Passwort eingegeben werden und, damit man sich nicht vertippt hat, noch einmal das Gleiche zur Bestätigung. Den Rest machte AirPod Express Basisstation selbstständig und gibt Bescheid, sobald alles richtig konfiguriert wurde. Um Zeit zu sparen, habe ich hier die Geschwindigkeit ein bisschen erhöht. In Echtzeit dauert dieser Vorgang länger. Um die Konfiguration zu beenden, einfach auf den Button Fertig klicken. Mit einem Rechtsklick auf das AirPod Express Symbol öffnet sich ein kleines Kontextmenü. Wichtig ist hier die Versionsnummer. Bei mir ist sie schon mit 7.8.1 auf dem aktuellsten Stand. Wenn das bei euch nicht der Fall sein sollte, erscheint unterhalb ein Button mit Aktualisieren. Diesen weiteren Schritt müsst ihr dann noch ausführen. Der Button muss beachtet werden, denn nur so bekommt ihr die aktuellste Firmware und Software auf die AirPod Express und somit auch AirPlay 2. Sonst nehme ich keine weiteren Einstellungen an der AirPod Express Basisstation vor. Das AirPod Dienstprogramm benötige ich auch nicht mehr und kann geschlossen werden. Zur Musikwiedergabe habe ich meinen alten iPod HiFi aus dem Jahr 2006 ausgegraben. Ursprünglich war der iPod HiFi dafür gedacht, dass man seinen iPod oben über den Dock-Konnektor verbindet. Da der iPod HiFi über ein Batteriefahr verfügt, konnte man ihn überall mit hinnehmen und seine Musik vom iPod aus direkt abspielen lassen. Das mache ich tatsächlich noch öfters, also nicht das mit dem Mitnehmen. Denn Musik über einen iPod zu hören ist meiner Meinung nach entschleunigend. Aber das ist ein anderes Thema. Der Vorteil beim iPod HiFi ist aber der Klinkenanschluss auf der Rückseite. Wenn ich mit einem Mini-Klinke auf Mini-Klinke-Kabel den iPod HiFi mit der AirPod Express verbinde, kann ich Musik, zum Beispiel von Apple Music oder Spotify, streamen. AirPlay 2 macht es möglich. Wie oben schon erwähnt, kann natürlich jedes x-beliebige Lautsprechersystem verwendet werden. Voraussetzung ist nur ein Klinkenanschluss. Falls deine Anlage aber nur einen digitalen Eingang hat, könntest du einen Digital-Analog-Wandler verwenden. Und wie geht es jetzt weiter? Ganz einfach, du kannst die Lautsprecher über die App Spotify oder Apple Music steuern. Bei Apple Music klicke ich unten auf den aktuell laufenden Titel und danach auf den angezeigten Lautsprecher. Das AirPlay-Menü öffnet sich und alle Möglichkeiten zur Musikübertragung werden dir angezeigt. Bei mir steht da oben Systemerfassung und nicht iPhone. Lasst euch davon bitte nicht irritieren. Jetzt noch schnell mit dem gewünschten AirPod Express verbinden und fertig. Man kann auch mehrere AirPod Express gleichzeitig verwenden und seine Musik in verschiedenen Räumen abspielen lassen. Bei Spotify ist es im Grunde dasselbe. App öffnen und gewünschten Titel aussuchen. Auf das Lautsprechersymbol unten links klicken und danach AirPlay und Bluetooth auswählen. Jetzt hat man, wie vorhin, alle Optionen offen. Bei deinem Mac ist es fast dasselbe. Oben rechts das Kontrollzentrum öffnen und bei Ton auf das AirPlay-Symbol klicken. Nun kann man seinen gewünschten Lautsprecher auswählen. Ich habe es leider nicht geschafft, über diesen Weg mehrere Lautsprecher zu verbinden. Aber über die Musik-App selbst ist es auch möglich. Mit dem Apple AirPod Express kannst du deine alte Stereoanlage modernisieren und kabellos Musik streamen. Wenn dir das Video geholfen hat, lass ein Like da und abonniere meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. So Leute, das war es schon wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.